Warum kommt der hier raus? Warum kommt der hier raus? Keine Idee. Aber wir sollten ihn ausfüllen und sehen, was er da ist. Ich mag nicht, irgendwelche Strangere zu so nahe zu den anderen. Ich kann nicht mehr auf ihn, wenn er weg ist. Das letzte, was wir brauchen, ist jemand, der seine Freunde über die neue, easy-targets in den Wohnen. Wir müssen versuchen, dass er weg ist. Ja. Ja. Oh, warum kommt der hier raus? Bist du voll am quietschen? Mh, mh. Ich will nur mit dir reden. Ich will nur mit dir reden. Ich will mit dir sprechen. Wer bist du? Ich bin Arvo. Ich gehe. Ich will nicht schreien. Ich will nicht schreien. Ich will nicht schreien. Oh. Oh, Mann. Die Sache ist doch schon entschärft gewesen. Clint. Make sure he doesn't have any other weapons in there. Jetzt sein Kopf drin. No, I have no more guns. I swear to you. We just need to make sure you're not a threat. Anything? Wow. That's a serious dash of meds. No, 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 no. Take whatever you want, but don't take the medicine. It's for my sister. My older sister, she is sick. The pain makes her cry and that makes those things come. Are you alone with your sister? Medicine is all she has. Is it just you and your sister? No. I have many friends. In the woods. Sister or not. We could really use that stuff. No. You are not nice people. You have already left me defenseless. And now you take my sisters medicine? You are a woman. I'm a woman. Hey, we have people who are suffering. Who needs this medicine? Luke is still a wreck after Carvers. Kenny is a mess. Rebecca is in pain. Look at all of it. Clementine, we need that stuff. People are suffering just as much as yours. You are not special. Clementine? You must believe me. We don't believe a fucking word about your sick sister. Please don't make my sister suffer. She has been through enough. Oh, yeah? Well, I think you're just some junkie. You know what that word means, huh? Oh, no. I'm telling the truth. I swear upon my own life. I don't believe any of this. Medicine, Clementine. No, 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 no. Pass it behind me. I'm sorry, Arvo. Leave me these. Rebecca. Kenny. Phil Fish. You had not done this. Oh, my God. Oh, no. Scheiße. Das wird noch ne Menge Ärger geben. Oh, what are you doing? You don't have to do this. Just let me go. Is it safe to let him go? Don't you ever come around here again. Okay. I don't care if you have some sick sister. Fuck. The next time I see you, you won't just be walking away. Go. I can't believe I've gotten into this mess. Scheiße. Take some stupid kids stuff. Like a bandit. But... I thought we were just gonna talk to him. I needed to make sure he didn't come back here again. Oh, man. Ganz ehrlich. Die Sache war eigentlich entschärft, bis du den von hinten entwaffen hast. Geh die Mede zu den anderen und bringe alle zurück hier. Ich werde dieses Ort öffnen. Jetzt müssen wir in den Weg gehen. Asap. Shit. Ah, jetzt wäre so ein Zeitpunkt, wo ich gerne eine andere Entscheidung gewählt hätte. Die ganze Zeit hatte ich das in dem Spiel eigentlich nicht so. Aber jetzt irgendwie schon. Ich glaube nicht, dass der gelogen hat. Kein Junkie, hat eine kranke Schwester und... Egal. Ich war einfach zu bemerken, Rebecca und Kenny. Sie sagten, sie haben mich nicht von dir gehört. Ich glaube nicht, dass es viel wäre. Aber Jane scheint ziemlich resursvoll zu sein. Das ist aber, dass er ein Blink. Das Deck könnte sein, wo wir heute Abend bleiben können. Wo Rebecca das Baby haben könnte. Zumindest, wenn wir etwas besser finden können. Ich glaube, das ist etwas. Ich sollte es schauen. Ist Jane noch da jetzt? Ja. Sie versucht, die Giftshop zu öffnen. Wir können ihr nicht vertrauen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich bin noch nicht sicher, was zu denken. Sie ist stark und sie hat uns helfen. Aber sie ist kalt. Und ganz genau das. Aber niemand ist so kalt. Ich habe definitiv angefangen zu denken, dass wir ausbrechen müssen. Und was meinst du? Jane ist der typische Person, der durch Schmerzen wird. Du weißt? Aber wenn ich jetzt auf Kenny schaue, sieht er einfach... Er ist verletzt. Und verletzte Menschen werden verletzt. Ich weiß, du hast eine Geschichte mit ihm. Ich glaube, er ist ein guter Mann. Ja. Sie sagt, du liegst falsch. Er beschützt uns. Ich denke, er musste mehr, als er zu halten kann. Du bist falsch. Kenny ist stärker als jeder. Er versucht, uns zu schützen. Ich weiß nicht, Clem. Ich dachte damals, dass... vielleicht all das Horror noch nicht zu dir gekommen ist. Aber du hast deinen Freund murderiert, Carver. Nicht nur zu töten. Aber... Clem, er hat noch nicht geblieben. Ah, Kenny, Carver hat das verdient. Carver hat das verdient. Er war ein schlechter Mann. Keine Frage über das. Ich hoffe, dass wir nicht die gleiche werden. Ich muss den anderen über das Deck erzählen. Ja, gut. Ich werde, äh... Ich sehe dich da zurück. Schrei doch nicht so rum. Shit, shit! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh, Luke! Oh! Stimmt! Oh! Clem! Clementine! Shit! Walkers! How'd their getting close without anyone seeing them? It was Luke! Kenny! We've got to do something! Stimmt, der wollte sich ja drum kümmern, äh, ne. Dass keine Walker kommen. Was hält der denn jetzt, ja? Mike, das Wasser. Was will der denn machen? Sarah, los geht's! So lange boxen. Ah, ich sag mal nix. Er beschützt uns, er bringt jetzt einen Wark home, das war... Do the Thrilldown. Ah, ja. Dem geht's gut. Oh, da ist Luke. Luke, Jane? Was ist los? Was ist los? Ja, mit gebrochenen Rippen und du wolltest eigentlich Ausschau halten, ne? Streunde direkt hinter uns. Ah, es tut weh, ich weiß, aber... Mach wenigstens... oder so. Film geben. Wir haben noch ein Tor, mach das Tor zu. Oh oh, das ist gut. Wir haben noch ein Tor, mach das Tor zu. Wir haben noch ein Tor, mach das Tor zu. Sie können uns nicht auf die Städte! Schau sie, bevor sie zu uns kommen! Scheiße, das ist viel. Wir brauchen alle hier draußen. Ich stehe mit dir. Okay, okay. Hilf sie, relax. Alles wird alles gut sein. Ich schaff'nach schon. Stopp, erzähl'n mich, dass du dich schaffst. Oh, scheiße. Wir gehen durch das. Oh, scheiße. Ich lass' den mal rein. Denk an Elvid. Was? Ey, das ist doch was Gutes. Wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen. Wir haben zu viel, um jetzt zu geben. Okay, okay. Ich kann... Ich... Oh... Ich kann sprechen. Ich lass' nicht gehen. Gut. Gut. Clem, du musst rauskommen und helfen die anderen. Ich hab' das. Okay, so oder so müssen wir rausgehen. Ich hab' noch zwei Kugeln. Warum ist Rebecca da überhaupt? Wir sollen mal reingehen. Ja, das ist gut. Ja, ich mein' Sarah. Sarah, geh mal rein. Oh, shit. Holy fuck! What the fuck is going on out there? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, shit. Oh mein Gott, die ist runtergefahren. Sarah ist runtergefahren. Oh, fuck! 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 Hurry! I can't hold on! Oh! 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 Rette Sarah! Jane! Save Sarah! Are you crazy? There's no way she's getting out of that. Pull me up. It's suicide. Just pull me up. We can't leave her without even trying. Just go! Okay, die versucht. Okay, das hätt' ich jetzt nicht gedacht. Okay, ich kann nicht. Help mich, das ist nicht möglich. Ich versuche. Du musst mich hören. Du musst mich hören. Oh! 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 Ah! Das war's, wa? Ah, danke, dass du runtergegangen bist. Ich hätt' dir nicht gedacht, dass das überhaupt probiert! Zerstöre das Deck. Ja, da ist doch noch so ein Seil. Da oben, das Ding noch. Hier. Ja, okay, das vielleicht nicht, aber wenn die Zombies hier sich versammeln, dann... Okay, ich hätte es nicht gedacht, dass es Dreck kaputt geht, aber hey. Wie ruhig die plötzlich sind. Die KI weiß direkt so, oh, wir kommen doch nicht mehr hoch. Scheiße. Ist das ein Zombie? Warum sieht das Baby so komisch aus? Was ist geschehen? Ach so, das ist nur blau angelaufen. Ich dachte schon, das ist wie bei Braindead. Ein Zombie-Baby. Das hätte uns noch gefehlt, ein Zombie-Weg. Ja, ich meine, wir sind hier oben sicher, ne? Bis wir irgendwann mal runter müssen. Boah, was für ein Scheiß, so auf dem Holzboden zu pennen. Boah, die sieht nicht gut aus. Hey, Clementine. Hey. Wie geht's? Er ist perfekt. Er ist ein perfekt kleiner Mann. Er ist ein perfekt kleiner Mann in der ganzen Welt. Er sieht nicht aus wie Körper. Er sieht Alvin ähnlich. Du bist. Er sieht wie Alvin. Du denkst so? Definitiv. Danke. Ich bin gut, ich bin gut. Ich wünsche nur, ich könnte warm werden. Clem, warum gibst du ihm den Koffer, den wir gefunden haben. Entschuldigung, du weißt, über die Farbe. Du denkst wirklich, ich will das wirklich interessieren? Und du willst ihn halten? Äh, ja bitte. Könnte ich? Natürlich. Deine Familie. Hier. Ich will ihn nicht mehr halten. Babydrösten. Nichts. Du bist ein naturaler. Du bist wie eine große Frau. Hier. Ich nehme ihn. Du musst beide. especially dich. When's the last time you slept, Kenny? About 2 Jahre. Ja, okay. Okay, Kenny. Wenn das Kind von deiner Frau ist, dann würde ich nur sagen, okay. Wenn das aber von einer fremden Person ist. Dann ist das schon ein bisschen komisch. Naja. Ich verstehe. Alles gut. Äh, ich dachte, du würdest an mich glauben. Ja. 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 Was ist das für eine Lebenseinstellung? Äh, das ist... Ohne Walker kann das auch so sein. Nach ihrer Denkweise darfst du ja gar nichts mehr machen. Kein Auto fahren, kein nix mehr. Kann ich mitkommen? Nee, ich schulde ihnen alles. Das ist ein kleines Mädchen. Das ist ein kleines Mädchen logischer Rede. Dankeschön. 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 Ich, ähm... Ich muss gehen. Tschöö. Ach, man kommt doch hier weg. Anstelle zu springen, aber... Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin gut. Okay. Okay. Hell of a night, though. Temperaturen stecken. We're low on food. I think we gotta stay put for a while. You know, for Rebecca and the baby. So I'm thinking, as soon as he gets light, Jane and I should go explore. See if we can find some place to escape. Denk mit L an und hört mit Hook auf. Jane left. For good. What? When? Just now. Are you serious? She didn't say anything about leaving to me? What the fuck? No, what the fuck? Ja. Damn it! Hey, keep it down. Sorry. I... Sorry. Just... Jane's gone. Really? Luke? Of all the childish bullshit. Childish? God damn it, Kenny. You know what? Just... Lay off. No. You put our lives, this baby's life at risk, so you two could roll around like fucking teenagers. Look, I made a mistake. All right? No, it's not all right. What do you want? And he thinks of the group. Kenny's just trying to protect the group. Well, coming down on me is a help. Look. I'm sorry. Okay? I fucked up. Yeah. You know what, Jane? She made an offer. And, Jesus Christ, I needed it. Okay? I mean, look around you. Okay? Everything is shit. So forgive me for one day enjoy one moment or something else. Fine. Everything is shit. He's what matters now. Got it? So get your shit together. Where's my baby? Is everything alright? Everything is fine. We're gonna need a good place to race him. Which ain't here. We gotta push on. We head north. Get to Wellington. That's our best shot. There's a town across the river. It might be safe there. Or at least it might be a good stop on the way. Kenny! I'm sorry. The Wellington thing, right? Tim's got a point. That could be a whole town full of supplies. I'm not that far from here. A whole lot better than here anyway. Looks like that's our best bet. We need to get on the road as soon as possible. We leave it first life. Whoa, whoa. What are you talking about? Rebecca needs rest. A few days at the least. We've got that baby formula. And it won't help the rest of us. And what about yourself? We'll freeze out here. Luke's right. She needs to rest. We should wait a few days. Maybe that's for the best. We don't want to push Rebecca too hard. Just give me a day or two Kenny. I'll be fine. This is a mistake. Look. We should all try to get some sleep. It's been a long day. Bring the medicines then? Sorry. Okay, Bex. It's gonna be alright. Bex. It's gonna be alright. Ah, der Winter kommt. Ah, der ist schon mies. Sie haben nichts zu essen. Das Kind hat nichts. Ah, die sieht echt nicht gut aus. Was, denn gibt's jetzt Kenny die Schuld? Lieber da sitzen und verhungern? Oder gehen und irgendwas suchen? Hm, oder? Ich würde sagen, wir müssen weiter. Es geht ja nicht anders. Wenn du stehen bleibst, es bringt ja nichts. Ja, ja, ich habe mit dir zugestimmt, dass wir kurz warten, damit die sich erholt und dann gehen. Er tut gerade so, als ob ich gesagt habe. Nö, wir bleiben jetzt für immer hier. Das Kind muss ja auch essen und... Oh, Mann. Kenny weiß, was er wird. Oh mein Gott, da ist der Typ. Inkebein. Jane und ich haben ihn auf dem Observationdeck gesehen, bevor alle anderen kamen. Du kennst das so viel? So, was willst du? Er sieht nicht so viel. Das ist nicht der Punkt. Hallo? Bitte! Er läuft hier einfach so mitten im Winter, rumpelt er hier rum. Jürr Clementine. Was ist hier passiert, Freund? Hast du Leute mit dir? Wo sind sie? Du bist nicht hier auf deinem eigenen, oder? Das sind meine Freunde. Wir bleiben geblieben, aber du wissen. Jürr Clementine. Das sind sie? Ja, das sind sie. Ha, 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 ha. Was ist so lustig? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Was haben deine Freunde gesagt? Ich sagte ihnen, du bist derjenige, die mich rumpelt. Sie denken, es ist lustig, dass du nur eine kleine Mädchen bist. Rumpelt? Und sie wollen, dass du und deine Freunde die Schäden unterhalten. Damit wir deine Dinge nehmen können. Woah, woah, warte mal. Was zur Hölle? Warum bin ich aufgeregt? Clementine. Dieser Mann? Nein, du hast nichts von uns genommen. Nein, du hast nichts von mir gefragt. Was ist das, Josh? Ich wünsche mir, dass wir anders waren, Clementine. Aber das ist wie es muss sein. Das kann einfach sein. Arfa, sagst du, dass sie die Schäden unterhalten haben. Alle von euch, einfach die Schäden unterhalten. Das wird gut. Gut, meine Schäden! Sagt ihnen, sie sollen nicht schießen? Ich höre noch ähnlich auf sie. Bitte, sag ihnen nicht zu schießen. Abusti, Abusti, Abusti! Seid uns! Ich, äh... Ich, äh... Arfa, was passiert hier? Arfa, schälen sie uns zu schießen. Warum bin ich aufgeregt? Ich werde nicht aufgeregt. Ich werde sie nicht aufgeregt. Abusti! Ich glaube, das eskaliert ein bisschen. Du! 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 Ich glaube, das eskaliert ein bisschen. Was ist das? Oh, okay! Oh, okay! Oh, okay! Oh, okay! Oh, okay, oh, okay! Oh, we can work something on if nobody does anything stupid, right? Alright! Okay! Look at me! Do you hear me? Rebecca, sie ist nicht zombie. Oh nein, nicht schießen! Nein! Es ist immer noch verbuggt. Ich hab keine Ahnung. Ich mein, ich hab nix dagegen getan. Ich hoffe einfach jedes Mal, dass es doch noch funktioniert, aber... Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Wie das wohl ausgeht, erfahren wir in Episode 5. Ich würd echt gerne weiterspielen, aber das ist schon so spät. Ähm, ja. Scheiße, ich hätte nicht schießen sollen. Naja, egal. Mal schauen, wie gesagt, wie es in Episode 5 aussieht. Ciao, ciao. Oh, noch hier? Cool, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Lass Jill nicht zu lange warten. Klick doch hier für das nächste Video. Und vielleicht ein Abo dalassen? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. 1 Untertitelung des ZDF, 2020